Scheiß auf die 3000 Ich probier die roten Ich probier die roten Wichser Jedes Mal vergiss ich, dass ich den einen abwehren soll Heil dich mal lieber Jetzt bist du wieder fällig Wieso sind immer schnell das Wichser? Ich versteh es nicht Fick dich und du jetzt endlich Diese scheiße hier Du hast eh schon Auf die scheiß verbrunst Vollidioten zielen Und dann schafft ihr das noch immer nicht Merkt man, dass ich jetzt keine Lust mehr habe? Ich glaub am Ernst Ich glaub am Ernst Ein ganz kleines bisschen glaub ich merkt man's Weil ich bin einfach nur Brennhaar, oder? Brennhaar Auf dieses Huren-Game, oder? Normalerweise soll ich nicht auf mich haaren Weil ich ja dafür schuld bin, aber dennoch Irgendwie muss man ja die Schuld geben Ja genau Genau Triffst mich ja trotzdem noch Ja das war jetzt Aber trotzdem Das Tat schon weh Aber das war nicht mit so starken Gefühlen wie bei der Spinner Die Spinner ist Wieder ein eigenes Thema meiner Meinung nach Weil da ist halt natürlich mehr Das sind Bosskampf Da sind mehr Emotionen drin Und dies und das und jenes Aber Das waren halt Ja nur in Anführungszeichen sehen Will ich jetzt auch nicht sagen Aber dennoch tut es Sehr sehr weh So Da haben wir auch relativ viele von den Wichsern Ich hole mir da ein paar Ein paar Zeilen wieder zurück Die bleibt viel und ewig in mein Herzen Immer und ewig bleibt viel und mein Herz Ausraster Definitiv Ach komm mir her Boahle Oder Komm mir her Oder Komm mir her Zack Ah Also da möchte jemand Eine gewisse Stellung haben Haben Oh Ja wieso Wieso nicht Könnt ihr mal die eine Stellung Obwohl Reißverschluss hast du Ja ok Es ist eh ein halber Das Röckchen Ist eh wurscht Steck's dann einfach rein Tschüss Was Ein Wichser weniger Ich will doch alle anderen Hundertfünf Füchser gleichzeitig Ah Passt Passt Ja Gut 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 Ok Wenigstens ist Anna Ok Anna hat mich erwischt Ja das ist schön Wenigstens nur mit Anna Normalerweise Das gehen hunderte Alle Alle vier Die was gleich auf mich Einprügeln Leider Das ist jetzt gefährliche Genua schlächern Mhm Mhm Die Gewegen sich wenigstens ganz normal Immerhin Wir sind schon wieder bei 2000 Ah das ist wieder anderes Gebiet Ah ich weiß schon Wir haben ja einmal ganz kurz Ein bisschen Geschaut gehabt Wo es entlang geht Und das könnte vielleicht In das Innere sein Mhm Von dem äußeren Weg Dann ins Innere Deshalb hat es ja auch Geheißen Abkürzung Das wird es wahrscheinlich sein Ein bisschen ja Wollen wir ja auch schauen Wo es weiter geht Aber ich bin gespannt Ich probiere jetzt einmal Dann die roten Auch wenn ich dann wahrscheinlich Wieder mal Alle meine ganzen Ausrüstungen und so Alles verliere Bewegt sich das Bewegt sich das? Ah das bewegt sich Ich gehe da mal weg Ja da Schön und gut Wenn ich dann im Menü bin Aber dann mehr Gehe Ganz weit weg Ganz 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 Weitweg Definitiv einmal Heilung Wow Ich strotze ja nur vor Heilung Bist du teffert Was war noch mit meiner Best-Off-Zeiten Mit 27 oder 50 Heilungsgras-Dinger Meine Best-Off-Zeiten Sind anscheinend vorbei Fuck Ist eine gute Frage Was wir da auch dazunehmen Definitiv das gehört auch dazu Wurfmesser Ja Schön und gut Ich hätte einmal gesagt Bleiben wir mal bei dem Bleiben wir mal bei dem Geh die scheiß Axt weg Wir sind noch nicht so weit Pick dich Einer will auch noch Ja Lauf Das war auch schon wieder riskant Mit so wenig Leben Aber Es musste sein Ich bin wirklich gespannt Aber das sind gleich zwei Mixer Aber nicht Den Die was wir Kennenklärend haben Im allerersten Gebiet Die wirken Wirken Eigentlich auf mich Wie ganz normaler Spieler Die wirken eigentlich für mich Wir wären das ganz normale Spieler Wird mal plötzlich den PvP-Modus Aktiviert hätten So wirken die auf mich Und da bin ich gespannt Aber Da gehen gleich alle beide auf mich los Das ist halt das Wo ich Angst habe Beide gehen auf mich los Da kommt gleich wieder der Pussy-Move Wieder raus Pussy-Move So gehen wir mal da entlang Ich weiß dass da noch der eine Wichter da ist Ja servus Grüß dich Hab dich nicht vergessen Hab dich eh nicht vergessen Zuckerschnitten Ah ja Schaß aus Schaß aus Was Hey Immerhin Endlich hat er mal wenigstens tropfen Es ist ein Wunder Traurigerweise Ist das wirklich ein Wunder Hi genau so kehrt sich so geschehen mal auf alles andere von klare ja passt wird normalerweise auch in dem bereich schales will mich jetzt eigentlich nur hauptsächlich darum und die seelen aber mit uns ich will noch nicht die heilung aktivieren obwohl schon ein kleines risiko sein könnte ich brauche mich nicht unbedingt verschieft oder schild geht es nicht so und da waren die wixer die schaden für mich wie pvp gegner aus die laufen wir schon zu be super das wäre es ja 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 immerhin und so lange wir noch flammen hat so lange noch was machst du dich der schulsch ist schon wieder weg die wixer der will sich schon wieder weg gestoßen ich habe zucker aus Normalerweise so, normalerweise so gell, mit dem Flammenschwert, nur bleib ich stecken. Bleib da einfach mal stecken, der Huren. Bleib ich zu Hause mit dem. Merkst du Huren so leider. So, komm her, da. Ja, genau jetzt plötzlich macht er wieder nix. Ich warte extra noch, dass der hier nixens irgendwas macht. Na, plötzlich kann er wieder nix machen, ne, klar. Aber da haben wir schon wieder unser ganzes Heilungsgras ist schon wieder weg. Aber wenigstens da, ich drücke jedes Mal immer die Huren, das gleiche Taste, das gibts ja nicht. Das Menü ist woanders da, Trautl. Das ist wenigstens nicht so effektiv. Ah, damit wir gleich noch einen härteren Bums haben, oder was? Sogar überlebt. Habe ich normalerweise locker blockig geschockt, aber na. Für mich ja, das ist effektiv. Das wäre schon sehr riskant, gell. Aber wenns mich erwischt hätt, schickt mir recht. Aber auch sowas von. Ah, wie süß. Das war definitiv mal die falsche Attacke. Ab in die Wampen damit, Alter. So, tack. Oh, hoppala. Ich hab's grad abgewehrt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir wenigstens ein bisschen ein Gras wie am Start. Mich reizt das so sehr, das Oberspringen. Mich reizt das grad so sehr. Was ist da nicht? Ich bewege mich, Alter. Fick dich. Wo sind meine glitzig kleinen Seelen? Wo sind die? Ist eh ein Witz. Was ich für Seelen habe, oder dennoch. Ein bisschen was ist es trotzdem. Oh, gleich auf den losgehen. Gleich auf den losgehen. Geh auf den. OLDAR! OLDAR! Du bist der ärgste Vollidiot, Alter. Du bist der ärgste Vollidiot, Alter. Du bist der ärgste Vollschuppe, Alter. Was gibt, Alter, in dieser Unruhe? Dimensionswelt. Er fickt dich auf. Weißt du was? Du bist, Alter. Du bist einfach nur Schmutz. Schmutz-Character, Alter. Ich hab schon immer gewusst gehabt, Alter. Ich hätte mir den anderen nehmen sollen. Definitiv. Definitiv. So, jetzt kommen wir eh die Wichser her. So, plass, Schwert, Bitches. Und ich geh sicher gleich mal her. Gleich mal Heilung. Gleich mal Heilung. Gleich mal Heilung. Alter, die Reichweite. Geschenk. ja 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 die deporte ist schon gefallen die deporte ist schon gefallen das geht schon langsam aus wo die berlin weg vom fenster nachschau geht er aus der nette so auszupfen wir sind nicht was tut er jedes mal aus die wo du weißt die mal zusammen zu jedes mal verstehen schon wieder zu viel wieder schon zu viel so offen weil das gibt es ja da wecker mit der niere da mit dem scheißdreck das sollte ich eigentlich normalerweise blutungsresistenz auch gar nicht mehr so schlecht ist aber jetzt war sie wenigstens zwar sie wenigstens was die taklern ihm oder schafften uns gibt feuerresistenz unbedingt oder gerade in der welt jetzt ganz ganz wichtig oder ich kann mir nur so teppert sein dass sie das nicht ausgerüstet haben so und da haben sie jetzt die wichser da versteckt oder was ich hoffe dass ich jetzt wenigstens den ankrieg der mann warte befühlt haben dann aber ich will ich will ich glaube die verschwinden ja nach einer zeit das sind aber schon gewesen 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 dann die anderen jetzt wenigstens eine schlagen die frage mich ob dann aber die zwei roten dann wieder da sind wenn ich gestorben bin das würde mich wirklich hinterziehen weil dann könnte man jedes mal hier herlaufen und dann ein bisschen farmen sonst gibt es doch nichts okay also ich habe da schon jetzt ein bisschen mehr erwartet ein bisschen was habe ich mir schon erwarten dürfen oder immerhin immerhin so 6000 seelen mal wieder am start wenn wir safe wieder verlieren perfekt aber wie du mal sagen aber sie zum nächsten tier hier aufpassen was man dann wieder tun weil irgendwo ist der glanz kugel ist definit vergessen irgendwo ist der neue glanz kugel und wenn mit das wieder mitnimmt oder rast sich wieder komplett aus wie war sie ihr wollt es unbedingt wieder sie wieder ausraste ich glaube ich weiter laufen soll ja ich glaube ich hätte weiterlaufen ich glaube das wäre gescheiter gewesen habe ich schon hacken gesehen der bravo oder bravo wieder fleißig kackel der wahnsinnig der hört auch gar nicht auf links übersehe wurde schon ich wurde schon so und wer darf geflext werden ha feuer assistenzie wichser aber ich würde mal sagen aber ich würde mal sagen gehen wir gleich runter ja hallöchen ich vermeide dich jetzt mit der absicht obwohl taglich drei auf einmal der blühen auch die schätze bw befehl die Aber interessant ist, dass ich mit einem schweren Angriff beim Nack zu füllen bin. Mit einem schweren Angriff nicht, aber hauptsache mit einem normalen. Ah ja, macht's. So kommt sich scheiß Hundspielchen an. So, was? Was hat er eigentlich gehasst mit Feuerresistenz? Es hilft ja keine Feuerresistenz, gell? Das Praktische ist wenigstens, dass in der Zuhörer eine große Reichweite haben. Ah, haben wir schon mal das Erste. Da haben wir gleich das Zweite auch noch. Wut, es lebt noch. Wow! Oh, 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 oh. Ist eh nix hinter mir. Boah, Gott. Boah, oh,. Alter, schon wieder 6000 lost. Super schee. Und die letzte Heilung wartet auch nach uns. und dann wissen sie gut nachher aber das praktische ist wenigstens dass der ein oder andere dicke dieses praktisch es ist wirklich praktisch wo ich dann wieder die angst habe das nächste bürgchen kommt weil das ja ich wollte schon sagen also perfektes stifter leute ich habe mir gedacht den kann ich damit abstürzen lassen so geil will nicht irgendeiner so mal über das ding drüber kommen ich kann euch sonst nicht flexen ich sehe sie jetzt schon wie in einer geht ich sehe es schon muss ihn einmal probieren spätestens wenn mir ein schlauer kriegt der wen nicht mehr trocken werden und dann bin ich schon fällig ah der schaut gut aus schaut es denn hinter mir aus schicken ja die offensichtlich ich bin ja auch kärzend ich habe es nicht so mehr mit dem tja wie schaut es eigentlich aus das wird mir jetzt reizen aber das ist ich glaube das sollte auch ein bisschen so ein bisschen selbstverständlich sein dass man dann auch mehr schaden machen können aber man weiß ja nie wenigstens irgendein grashalm oder sonstiges wo wo das war schon wieder knappe geschicht und schon wieder einer zugeschlagen aufpassen 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 kommt es nicht so vor oder hält das feuer länger als wie sonst aufpassen gegen die spinne es ist wichtig gegen die spinne darf das nicht lang aufpassen 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 Wer ist nicht dass man sagt okay passt das ist die Kenne die Stoffe schaust er einfach macht sich vielleicht mal gut ich kann den ganzen Tag so weiter geht A hat Tomo, ja komm! Jetzt! Yes! Das wird sicher nicht der Letzte sein, gell? Ja, Gott sei Dank! Oh, das war sogar noch der Vorletzte! Wird eh fix noch der Letzte sein! Wird eh sicher jetzt, gell, der Nächste kommen! Oh, schön! Schön, 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 schön! Ich habe wunderschön getroffen! Boah! Aber das war auch wieder mit viel Glück! Mit viel, viel Glück! Weil sonst hätte ich wieder scheißen gehen können! So, bitte! Irgendwas! Ah, siehle! Keine Güte! Ah, ah! Glücksträhne steht! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ah, scheiß Nebel! Es wird fix ein Gegner sein! Fixer Bus! Mhm, okay! Hätten wir mal wenigstens etwas! MP interessiert mich sowieso nicht! Äh... Für alle Fälle rüst' ich's aus! Ich tue's für alle Fälle ausrüsten! Für alle Fälle! Man kann ja nie wissen! So! Wow, jetzt! Wie lange warten, bis das voll ist? Warte, 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 warte! Hat er nun zieht gleich das nächste aus! Unbedingt! 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 Weil man kann ja nie wissen! Man kann ja wirklich nie wissen! Es wird dann sonst tot! Oh Gott sei Dank! Alles bleibt normal! Alles bleibt normal! Gott sei Dank! Kein Bus! Erst recht nicht in dieser Hurensverschissene Welt! Wo ich eh kein Leben mehr hab! Beziehungsweise kein Grashalb mehr! Jetzt hätte ich mir fast acht gehabt! Ja, oder? Jetzt kommt die nächste große Spin! Boah! Ich hab mir jetzt Wicked drauf gehabt! Jetzt musst du einmal so ein Tartus schlagen, oder? Und jetzt kommt die nächste Spin! Jetzt hab ich mir schon Sagen gemacht gehabt! Na, das könnte ja lustig werden, oder? Wieso hab ich das Gefühl, dass da noch kleine Minispiele dazukommen? Das würde eigentlich irgendwie auch Sinn machen in dem Game! Langsam! 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 Du fällst dann sonst gleich wieder runter! Langsam, Junge! Langsam! Was ist das für ein Fett... Achso! Das ist ja wieder so ein fettes Arschloch! Achso! Wir haben ja schon wieder ein Dach gehabt, Alter! Puh! Puh! Das wird ja wieder gefährlich! Oh! Da ist sogar das Gesicht von ihm! Super! Aha! Aha! Wieso machst du nicht schlägge, 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 schlägge? Aber da wird es ein bisserl feurig! Alter! Ja! Ich hab das jetzt schon hinklaufen! Die vierte Runde! Da war der Maierviertel! Da war der Maierviertel! Da war der Maierviertel! Da war der Maierviertel! Da hat er noch einen größeren Panzer als Saul! Ich glaub das ist noch ein größeres! Ja! Ich glaub das ist noch ein größeres Viech! Ich glaub das ist noch ein größeres Viech! Ja! Ich glaub das ist noch ein größeres Viech! Als wie die ganzen anderen! Obwohl! Es könnte auch ein bisserl täuschend sein! Es könnte auch ein bisserl täuschend sein! Dass es wirklich größer ist! Ich bin unsicher wegen der Zunge! Mhm! Das meinte ich! Das wär geil wenn ich so die Zunge so abwehren könnte oder sonst was! Aber in dem engen Gang! Ich hatte zwar quasi jetzt eine gute Position! Aber vielleicht kann ich's von der anderen Richtung auch noch Maier machen! Vielleicht geht da noch was! In der Hoffnung dass ich das scheiß verpickte Fisch nicht mehr bewege! Ich bin hier nur mittels Hand dran! Unbedingt! Obwohl es dann vielleicht sogar noch Maier geht! Aber es ist nur schwer! Das Drehzio! 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 Kann sich nur um Stunden handeln! Nur um Stunden! Und? Hat sonst noch irgendjemand gefragt was im schönen Game? Das Drehzio! Das Drehzio! Das Drehzio! Das Drehzio! Das Drehzio! Das Drehzio! Oder am besten vielleicht noch so irgendwie im Titel Montana Black, Miguel Pablo oder so die ohne irgendwie in Flammen aufzugehen wenn sie sich jetzt noch weiter jetzt langsam wirklich sehr eng ich gebe mir noch 10 Runden gebe ich mir noch und dann habe ich ihn ungefähr 10 Runden noch aber dafür kriegt man wenigstens glaube ich 500, 600, 500 das geht auch schon, das ist auch wichtig nur noch ein kleines Stück, nur noch ein kleines Stück na komm Digi jetzt ist es aber soweit na komm warte ich muss ja lauf, lauf aaaaah 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 damit habe ich nicht mehr gerechnet scheiße haaaaah oh mein Gott oh mein Gott damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet dass ich ja weglaufen sollte WTF aber bei dem Scheißdrecksteil war sie bescheuert gehst jetzt in die Luft du Drecks guck mal da guck mal da wir sind dann mal bei der ein leitendes Licht ausstrahlt ein leitendes Licht ausstrahlt zeig einmal hier was braucht denn das äh ok ach so könnte es vielleicht sein so als als Position als Teleportationsstelle wär so mal mein erster Typ komisch komisch ganz ganz komisch ganz ganz komisch was ist das Knochen WTF 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 auf was warten Alter was für ein Viech wartet da bitte auf uns bin mir da grad ein bissel unsicher ein wenig an Kugel entweder links oder rechts egal hauptsache Vollgas ich erwarte mir auch immer so die ein oder andere Falle oh Alter musst du auch mal wieder zurecht hin Alter das wär jetzt so geil du gehst da so hin und irgendwas schnappt zu oh Drachenlagenschwert zeig ihr gutes oder schlechtes Zeichen Drachenlagenschwert ok mit ein paar mehr Upgrades könnte vielleicht sogar die 120 knackt haben gewichtmäßig gleich hm 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 ja es wär ich glaub die Waffe wär sogar eine gute Alternative dann zum Langschwert wenn wir mal sagen hier ist eigentlich genau die gleiche Waffe genau die gleiche Waffe nur mit weniger Schaden ok ok ich sehe Licht gutes oder schlechtes Zeichen ah hi bekommst wirklich bekommst wirklich so vor wie werden die dicker jetzt kann ich durchlaufen mit aber das me ja Oh, um...